Der brennt schon. Willkommen zurück bei Resident Evil 5 Koop, Vision 2.0 mit Raven 784 und ja, jetzt geht's weiter. What the hell is that? I think that's what got Alpha Team. Ja. Ja, das habe ich jetzt nicht bestellt. Also rückzug. Mach ich den Lockvogel, oder? Ja. Hatarigas. Oh man, was bringt. Hatarigas. Das ist Feuer und Flamme für den Scheiß. Na komm, komm, komm. Ah, geh weg, geh weg. Druck auf den Knopf. Drück auf den Knopf, Mann. Ja, er hat den Himmel schon umgerissen. So müsste auch wieder sein. Aber dann dauert das so lang. Ah, spring raus! Scheiße. So fällt es knapp. Karpeln im Wacken. Mhm, bei 5 Milliarden Grad Celsius. Ja. Ja. Puh. 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 So, haben wir ja mit seinem Hygieneproblem auch geholfen. Jep. Sowas passiert, wenn man sich die Hände nicht wäscht. Nach dem Klogang, gell? Ja. Sehr derber Ausschlag. Ja. Ja, stimmt. Jetzt kommt die coolste Szene, wo der Schlüssel nicht ins Schlüsselloch passt. Beziehungsweise wo er es nur an der Tür hin und her reibt. Weil der Schlüsselloch ist rechts unter der roten Lampe. Guck! Ja. Passt hinten und vorne nicht, aber egal. Ich bin so gut. Ja. Mach die Tür auch ohne Schlüsselloch auf, ey. Ja. Du bist der richtige Türkuschler, ey. Ne, da liegt was. Ja, Muni. Das Tolle ist ja, desto mehr Munition man schon hat, desto weniger bekommt man von einem neuen Päckchen Munition. Ja. Lustigerweise haben wir alle 104er 20. Zufall? Hm. Ne, du hast auch Kugeln mehr. Stimmt. Ha, stimmt. Ja. Ja. Let's go. Ich hab das. Was war das Ding? B.O.W. das Schumbeg Irving hat sich hinter uns um. Insofern, was er für die Alpha-Team getan hat, ich glaube, dass wir noch nicht mehr sind. Wenn wir nur da sind, können wir da sind. Wenn wir da sind, dann wahrscheinlich auch sterben sind. Chris, zum HQ. Das ist HQ. Sie haben eine Kopie. Das ist HQ. Schöne Arbeit. Wir werden die Daten direkt. Das ganze Stadt hat sich ins Halt. Die Leute hier sind als die Ganado-Gehner-Kennedy-Kennedy-Kennedy-Kennedy-Kennedy-Kennedy-Kennedy-Kennedy-Kennedy-Kennedy-Kennedy. Und da sind es etwas neu, etwas, was wir noch nie vorher haben. Unsere Transporte hat auch gesucht. Wir wollen eine Mission-Update. Die Mission-Stand ist. Das ist verrückt! Wir können die Mission-Stand auf der anderen Seite gehen. Warte! Wir sind nur die zwei. Wir wollen uns in da alleine gehen? Die Delta-Team wurden verabschiedet und auf der Weg. Sie werden Sie in die Aufmerksamkeit und verabschieden Irving. Aber warte! Wir können nicht! Die Mission-Stand ist. Wir können nicht die Mission-Stand gehen. Wir können die Mission-Stand gehen. Über und aus. Das ist verrückt! Du hast das Gefühl, dass du verabschiedst? 했는데 interpeined Es geschme ich noch immer seit будто Thus zu Menschen-Stand. Ineinander Hermann Gillesstraz malssen. Vielen Dank.